Saßt ihr schon mal in einem McDonalds-Car? Nein, dann bleibt unbedingt dran, Yvonne und ich haben nämlich aus meinem Auto ein McDonalds-Car gezaubert. Als allererstes haben wir uns natürlich erst mal die Nackenkissen dran gemacht, damit es auch schön bequem ist. Wir waren dann bei McDonalds gewesen, ich habe mir so richtig coole Sachen geholt. Als erstes einmal so eine Pommes-Halterung, wie cool ist das bitte? Dann habe ich noch so eine süß-sauer Halterung geholt, die ist so cool, extra für meine Chicken Nuggets. Die haben wir dann auf beiden Seiten des Autos befestigt. Dann hat sich Yvonne noch für einen Lufterfrischer mit Coca-Cola-Sherry-Geschmack entschieden. Das hat so gut gerochen. Weiter ging es natürlich noch mit weiteren Getränken und Snacks. Einmal Capri Sun, dann natürlich auch noch ein paar leckere Pringles, die Pommes, die nicht fehlen dürfen und zum Schluss natürlich auch noch die Kuscheldecke, die nicht fehlen darf. Ich habe dann noch das iPad mitgebracht, da habe ich noch ein paar Filme von uns runtergeladen und dann haben wir uns einfach hingechillt, gesnackt und die Filme geguckt.